Zwei Brücken nebeneinander. Hüllensumpfgefahren Stufe 2. Sieht auch etwas, etwas diesiger aus hier. Wie komische Räuche hier. Ach, das soll Regen darstellen. Ach, es soll hier regnen. Ok. Oh, neue Quest. Und nochmal 30 von dem Hüllensumpf, die alle umbringen. Wunderbar. Ah, mach ich bei Zeiten, wenn ich hier nochmal hinkomme und mich den 35. Mittlerweile haben die Viecher hier auch ein Level, der mich etwas ängstlich stimmen lässt. So. Da muss ich hin. Ziemlich düster, die meine Zentrum hier, wa? Flup. Nur eine vollständige... Achtung, ok. Ah, du musst die Rounds sein. Ceylon meinte ja bereits, dass ich die Augen nach einem neuen Lehrling offen halten soll. Bist du bereit, deine Blausalzausbildung fortzuführen? Jawoll. Ich bin froh, dass du genau zur rechten Zeit hier aufgetaucht bist. Wir schlagen uns seit einiger Zeit mit verstärkten Monstergriffen herum. Und unsere Alchemistin ist bei der Fertigung der Heiltränke, die wir jetzt brauchen, total überfordert. Das ist außerdem eine gute Gelegenheit für dich, etwas dazu zu lernen. In der Blausalzbruderschaft lernen wir durch Praxis. Suche also Alchemist Riabel auf und finde heraus, wie du helfen kannst. Sie wird aus dir im Handumdrehen einen Alchemie-Experten machen. Nein, wir möchten keinen Mobilisierungsbefehl. Wir sollen... Oh, jetzt mittlerweile sind die Feste immer mehr. Hier soll irgendwas sein. Alchemie-Tante. Ah, da ist Alchemie-Tante. Alchemie-Tante. Oh, den Gott sei Dank. Du bist ein Lehrling. Ich könnte jetzt gerade wirklich deine Hilfe gebrauchen. Wir gehen Zutaten für meine Tränke aus. Ich brauche mehr Alchemisten-Distel aus dem Garten am Ende der Stadt. Ich beeile und beeile dich, Lehrling. Kränke zählen auf dich, Gott. Das war eben gerade. Ich kann nicht mehr leben. Obwohl, ich lesen konnte ich eigentlich noch nie. Eigentlich ist es bloß der Zufall, der mich dazu treibt, Buchstaben in der richtigen Reihenfolge vorzutragen. Ops. Bitte mal sammeln. Einmal noch mal sammeln. Gut, ich bin hier mitten im Feld drin. Sag jetzt mal, dreht da alles nieder und Alchemistin Muria gießt hier voller Freude. Das ist nett von dir. So, wir haben alles wieder und müssen wir zurück zu Riabell. Riabell, Entschuldigung. Nicht Riabell, Riabell. Riabell, wir kommen. Wo ist sie denn? Da ist sie ja. Hallo, Riabell. Gut gemacht. Du sollst für den nächsten Schwung Tränke ausreichen. Als nächstes müssen wir die Disteln zu Medizipulver verarbeiten. Du hast in Halkyona doch schon gelernt, wie man Getreide verarbeitet, oder? Das ist im Prinzip das Gleiche. Hier nimm die Blausalzmesser und verarbeite die Disteln für mich. Sag Bescheid, wenn du einen ordentlichen Haufen verarbeitet hast. Wir werden eine ganze Menge brauchen. Wir sollen verarbeiten. Einfach raufklicken. Klappt es auch? Haha. Klappt. Mal klicken mal eben halt es hier mal rauf. Hier auch gut. Ich schätze mal, soll es zwar play mit dem Inventar machen, aber... ...wenn es hier auch funktioniert, sollen wir noch nichts dagegen haben. Und Nummer 10. Sehr schön. Wie es die Blüte hier entfaltet, ist aber auch interessant, oder? Gut gemacht. Gut, du lernst äußerst schnell. Bist du bereit, deinen ersten Trank zu brauen? Es gibt zwei Arten von Tränken. Heiltränke und Mahnertränke. Heute werden wir ein paar Heiltränke herstellen. Zuerst werden wir ein paar Flaschen verstehrte Flamme vom anlässigen Alchemiehändler benötigen. Ich bereite hier dann schon mal alles vor. Suche Mola auf und besorge uns ein wenig verstehrte Flamme. Suche Mola auf. Links, links, links. Guck mal, guck mal. Döp, 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 döp. Und da ist Mola. Alchemiezubehör zu verkaufen. Neutrale Suspensionen, starke Katalysatoren und alles, was man sonst noch dafür seine Lieblingsdränke brauchen könnte. Ah, du suchst also verschleerte Flamme. Du musst Riabelle mit den Heiltränken helfen. Sag einfach Bescheid, wie viele du davon brauchst. Wir brauchen davon, äh, elf Stück. Elf Stück verstehrte Flamme. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Auf und. Und wir gehen wieder zurück. Badab, 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 badab. Und zu Giabelle. bands. Gut gemacht. Verstehrte Flamme heilt schon ein wenig. Kann aber nicht wirklich für betweenen. Oh, warteיה. Kommt beginnt. warte, 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 warte. Hallo. Kampfende. Macht keinen Ärger, liebe Freunde. vielleicht hätte ich doch nicht angreifen sollen oder na man ist hier eben halt in einer in einer gefahrenstufe vielleicht dumm gewesen dort was zu machen hätte vielleicht doch ich hätte vielleicht doch eher ein rückzieher machen sollen aber nur gut passiert ist passiert wir haben noch niemals trost wir hätten nur in minuten kopf jedenfalls was machen die da alle mann wo ich muss da muss ran da kann man von hier hinten nicht machen reicht das aus mist reicht nicht aus verstehe der former hält schon ein wenig kann aber nicht wirklich für schwere verlassen benutzt werden wir werden hier mit den beiden zutaten verbessern um einen trank namens flüsternder stern herzustellen sehr schön bevor wir doch damit beginnen gibt es einen patienten der nicht mehr warten kann hier in einem dieser verschleierten flammen und bringen sie zu verwundeten kind auf der anderen seite der straße die kleine ist so jung dass selbst ein schwächender trank ihr helfen könnte bis mir etwas besseres platt parat haben na super ich hau mal ab ob 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 musste zu einer straßenseite noch gott also nicht nur hier da drüben hallo lass mich in ruhe wenn sie flüchten hallo bitte mir ist so übel das grüne licht mir wurde ganz anders ich zittere das ist von riabell die war schon immer so nett zu mir soll ich das trinken oh mir ist gar nicht mehr kalt vielen dank fremder hier bitte gibt das riabell ich war dabei zutaten zusammen als ich erkrankte ich bin mir sicher dass sie die immer noch gut gebrauchen kann bitte das riabell bei den tränken an denen sie gerade arbeitet eine hilfe gebrauchen könnte vielen dank noch mal die quasselung alle so viel war so keine feinde mehr da vielleicht kann direkt rüber gehen geht es hier jetzt besser gut gute taten wie dieses sind teil deiner pflicht als mitglied der bausalbruderschaft sind keine händler oder diener sondern echte teile gemeinde es ist wichtig das niemals zu vergessen wunderbar dann ist jetzt die zeit gekommen braue mir diese tränke zusammen du solltest die verschläte flamme das medizinpulver und den lavendel ja bereits besitzen der für die fertigung des tranks flüsterter stern benötigt wirkt wenn dir eine oder andere zutaten abhanden kann sein sollte kannst du dir mehr davon beim alchemiehändler kaufen die pflanze selbst anbauen oder das was dir fehlt sogar öffentlichen auktion haus auktionshaus besorgen sobald bereit bist kannst du dann den alchemie misten tisch neben mir benutzen um einen flüsterten stern zu fertigen bringe zu mir sobald du fertig bist damit ich seine stärke prüfen kann mein gott die alchemisten zu spiegel ja ich glaube ja so und zwar fertig an einem alchemisten tisch dran flüstern denn flüstern denn stern verarbeitung ist das überhaupt der alchemisten tisch flüstern der stern habe ich habe ich zum glück alt nicht dass ich jetzt in irgendwelche gegend wandeln muss auch heute ein weil die verkehrte taste hier fertig der gedrückt hier ach so wegen der tränke drauf kann ich nur einen herstellen so hergestellt und wieder mit nicht schon wieder die das hast du echt gut gemacht das war ja sogar dein erster versuch du hast echt ein hellchen dafür hier nimm dir als belohnung ein paar zutaten wenn du genug übst wirst du habt und drehen zu einem fähigen blauser als gewissen werden ich habe jetzt einen ganzen haufen tränke und das nur dein wegen also würde ich sagen dass du für das erste genug gelernt hast wenn du dein neues wissen zu guten verwenden möchtest solltest du dich solltest du dich zur zuflucht städte begeben eine gruppe elf versucht verbissen die aktuelle monsterplage zu bekämpfen ich bin mir sicher dass sie ein paar heiltränke ziemlich gut gebrauchen könnten du könntest dir dabei sogar ein wenig dazu verdienen das ist nett aber ich möchte nicht mit euch zusammen irgendwas machen weil ich weiß nicht wie das geht so das ist eine riesenfolge hier wenn ich immer so sagen darf ich weiß auch nicht wie lange das noch gehen soll hier also bin so ein bisschen verdattert eigentlich dachte ich schon die andere folge die wir gemacht haben leere lang aber ich muss mich korrigieren eventuell teilt doch noch in weitere folgen auf eventuell sogar mindestens zwei aber weiß nicht genau jetzt hier links rum so richtig dann zu fahren kann aber ja verkehrt hier ist ja eigentlich das kleckt ein wenig hier so das sieht doch ganz gut aus was wir hier haben da ist auch unsere blau salz bruderschafts abteilung und so weiter pille palle schnick schnack schnull wächter sesan du hast von der blau salz bruderschaft gelernt das höre ich aber gerne meine männer und mir sind nämlich die heiltränke total ausgegangen wir gemühen uns hier die monster zu bekämpfen aber das ist wahrlich mühsame arbeit für jede tödliche kreatur die wir bezwingen beschweren die kultisten und der verlorene götter eine neue in ihrem verdammten schluss meine streitkräfte sind total erschöpft wenn du einen schwung für seiner sterne brauchen könntest um ihn wieder ein wenig stärker anzuflößen würde das uns schon wirklich helfen aber sicher doch fertige an einem alchemisten tisch tränke des flüsternden sterns ich habe das gefühl jetzt muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr machen ist das hier der alchemisten tisch? nee oder? halt, nee das ist der da hinten es wird gebraucht der flüsternde stern mhm, alchemie füsternder stern, ich glaube glücklicherweise habe ich alles zehn stück haben wir eigentlich müssten wir noch 20 fertigen wir können aber noch zehn stück fertigen ach der fehlt uns hier, ah ok, fertigen ok oh nein wir haben mal zehner packen ei 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 abbrechen ok ach, ich bin auch blöd, da oben steht ja immer zehn stück mhm eine kann man doch abbrechen also man kann auch Produktionssachen abbrechen glücklicherweise hier sind auch haufenweise Aufgaben meine Herrschaften eins, zwei, drei, vier, fünf Aufgaben also wir haben ja noch eine Menge zu tun möchte man sagen vielen Dank ich werde diese Tränke so bald wie möglich unter den Streitkräften verteilen du scheinst ein Händchen für Tränke zu haben könntest du mir einen weiteren Gefallen tun wo du schon einmal hier bist deine Heiltränke werden die Wunden meiner Männer heilen aber sie sind wegen der ständigen Kämpfe dennoch total erschöpft eine Ladung verschwommener Erinnerungen würde uns echt aushelfen meinst du, dass du das für uns herstellen könntest ich gebe mir Mühe und zwar liefere 30 Tränke der verschwommener Erinnerung ich bin mir gespannt ob ich durch Zufall diese Zutaten habe verschwommener Erinnerung suchen da ist sie 30 Stück brauche 30 Stück kann ich auch maximal herstellen glücklicherweise irgendwann muss ich doch mal fertig werden mit dieser Blausalz Bruderschafts Schose hier habe ich ja immer noch Hoffnung dass ich vielleicht dann zum Schluss mit Eselchen oder sowas bekomme obwohl wir da ein Vogelscheuchen gehabt haben hätte ich anscheinend schon bekommen ob das eigentlich ein Groß heißt oder nur so ein kleines Futzelchen das weiß ich noch nicht ich wusste ja dass ich mich auf die Blausalz Bruderschaft verlassen kann die haben echt Glück dich zu ihren zu zählen zu können mein Freund ich bin mir sicher dass du schon bald ein echtes Mitglied bist je mehr über die Alchemie lernen möchtest solltest du dich in den Süden zum Lager des Treste Theaters begeben das ist ein echt guter Theatertrupp und ihr Alchemist weiß so einiges über Tränke und seltsame Gebäude die sie bei ihren Aufführungen benutzen er könnte dir mit Sicherheit das ein oder andere beibringen mein Gott wann ist denn die Suppe mal endlich fertig hier eigentlich bin ich dabei nur gewesen ich werde mal irgendwann fertig sein aber irgendwie bin ich hier nicht fertig das sieht sehr komisch aus hier ist hier überhaupt ein Weg oha oha da ist ein Weg glaube ich klick klack klöck ein Vorteil ist dass ich so viel schneller bin von daher man kann nicht dem Kampf ein wenig entkommen ich hab so gefühlt die schienen uns hier in den letzten und so weiter was gab es denn hier nein ein toter wenn wir ran hier kriegt die nächste quetzt ja hier sieht's schon bringt also nichts jedenfalls jetzt nicht irgendwann werden wir ja standardmäßig wahrscheinlich hier durchgeführt werden wir werden uns die Aufgaben hier durchführen bereue ich schon fast dass ich die ganze Schose angenommen habe aber nur gut was soll's ist nun mal passiert müssen wir zu Ende arbeiten so also liebe Freunde die haben ja auch nie oh dahinten ist er dahinten ist die Blausalz Bruderschaft Alchimes Judiere willkommen du bist ein Blausalz der irgendwie nun ich könnte daraus durchaus Hilfe gebrauchen wenn du Lust hast deinen Horizont zu erweitern hier nimm die Pilze du wirst sie brauchen normalerweise würde ich dich Färbemittel für Kostüme zumischen lassen aber wir schlagen uns im Moment mit dem ganz anderen Problem herum unser Lager wurde vor kurzem von einer Piratengruppe angegriffen und viele unserer Leute wurden dabei verletzt wir brauchen eine Menge starker Haiertränke und zwar fix für diese Lektion möchte ich dass du die Haiertränke die du bereits erlernt hast noch weiter verbessert damit daraus eine nachträgliche Sonne wird meinst du du kannst es schaffen Joa Alchemietisch können wir ja schon die Schose aufmachen und was sollen wir jetzt machen fertigen einmal Alchemietisch einen Trank nach mit tägliche Sonne nach mit tägliche Sonne suchen suchen da ist er so sehr schön und was fehlt mir dafür der flüsternde Stern gut also muss ich erstmal den flüsternden Stern herstellen mit flüsternder Stern suchen sehr schön haben wir noch hier noch da 10 Stück brauchen wir davon war doch gewesen oder brauchen wir 10 Stück ich hoffe das reicht ansonsten müssen wir noch mal zurück gehen zweimal flüsternder Stern vorsichtshalber man weiß ja nie wofür man ihn mal später brauchen kann so und dann brauchen wir die nach mit tägliche Sonne suchen und da einmal fertigen reicht das aus blub ich liebe es wenn diese Pflanze erblüht Alchemietisch schließen herangehen sehr gut gemacht dankeschön du wurdest also vom Hockquartier gesandt wie das gibt eine Menge Drama wie ich höre ach da gibt es eine Menge Drama es ist wahr dass Heridon und Judah mit seiner einer Sondermission nach Mariope gesandt wurden ich wünsche man hätte mich geschickt nun ja ist schon in Ordnung die Leute hier brauchen meine Hilfe und das gefällt mir gebraucht zu werden wo wir schon dabei sind wir brauchen ein paar Mullbinden im Zelt hier in der Nähe liegen ein paar alte Hemden herum die sind für Kostüme nicht mehr gebräuchlich aber wir könnten daraus sicher ein paar Verbände brauchen könntest du mir eines dieser Hemden bringen es hört nicht auf ich weiß nicht ob die Aufgabe überhaupt aufhört hier also hier Mike noch wenn es bis da nicht ist muss ich erstmal aufhören also wird auf jeden Fall mehr Teil lang werden das ist ja Wahnsinn mittlerweile das sollte ganz gut funktionieren du hast deine Ausbildung im Höllensumpf nun abgeschlossen die Round nächste Station Tiefensand wenn du die Hauptstraße in Richtung Osten folgst landest du im Grünwolf suche doch Alchemist Damir auf er wird dir mit dem letzten Teil deiner Ausbildung helfen ich werde ihm erzählen dass du ein echtes Händchen für Alchemie hast sobald du ein vollständiges Mitglied bist lade ich dich im Hauptquartier auf einen Schluck Bier ein viel Glück und richten Leute im Tiefensand meine Grüße aus es hört nicht auf es hört einfach nicht auf es hört sich im Tiefensand an es hört sich im Tiefensand der Gitarren der Gitarren der Gitarren die Gitarren